Auch im Komitat Batsch-Gischkun spielt das deutschsprachige Schulwesen eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihre weiterführenden Schuljahre in einem deutschnationalen Umfeld verbringen möchten, sollten Sie sich beim UBZ in Boja bewerben. Das Ungarn-Deutsche Bildungszentrum garantiert allen Kindern, vom Kindergarten bis zum Abitur, eine deutschsprachige nationale Minderheitenbildung. Prinzipiell ist das Ungarn-Deutsche Bildungszentrum eine Schule, die es seit vielen Jahrzehnten gibt, seit 1956. Und in den Jahren hat sich die Schule immer weiterentwickelt. Für lange Zeit war es ein Nationalitätengymnasium mit einer deutschen Abteilung, wo man auch schon sowohl das deutsche als auch das ungarische Abitur machen konnte. Und seit dem 1. September 2023 sind wir eine von 140 deutschen Auslandsschulen, die es in der Welt gibt und sodass die Schüler hier die Möglichkeit haben, entweder deutsches und ungarisches Abitur zu machen oder an ein Nationalitätengymnasium zu gehen oder an ein Technikum zu gehen. Kinder hier bei uns beginnen mit drei Jahren. Wir haben auch einen Kindergarten mit 134 Kindern. Und dann so um die 900, etwas über 800 Kinder besuchen die Schule. Schule bedeutet bei uns Grundschule, erste bis vierte Klasse. Und dann ab der fünften Klasse ist es schon Gymnasium. Das ist die deutsche Auslandsschule, die Schulstruktur. Nach der sechsten Klasse können die Schüler dann wählen, ob sie in der deutschen Auslandsschule bleiben oder ins Nationalitätengymnasium wechseln. Das wird ein sechsklassiges Nationalitätengymnasium dann sein. Und dann nach der achten Klasse kann man nochmal wählen, wer dann ins Technikum, in die Berufsbildende mit Abitur abschließende. Das ist auch ein ziemlich neues, würde ich sagen, in Ungarn ein neuer Schultyp, wechseln können. Natürlich kann man auch quer einsteigen. Nach der achten Klasse aus den Grundschulen der Umgebung oder aus solchen Familien, wo die Sprache gelebt wird, die mit irgendeiner deutschen Vergangenheit entweder in Ungarn oder in Deutschland da leben, die können dann die Kinder zu uns bringen oder mit null Deutschkenntnissen in die Sprachvorbereitungsklasse und dann nach diesem neunten Jahrgang können sie nochmal wählen, in welchen Zweig sie einsteigen. In die deutsche Auslandsschule, in die deutschen Klassen nennen wir sie, in die ungarndeutschen Klassen, das sind dann Nationalitätengymnasium und Technikum. Die Bewerber können zwischen drei Klassen wählen. Zusätzlich zu den Kursen Deutsch, Deutsch-Nationalität und Deutsch-Technikum gibt es eine Sprachvorbereitungsklasse für diejenigen, die noch nicht so gut in Deutsch sind oder ihre Sprachkenntnisse vor dem Eintritt in das Gymnasium verbessern wollen. Die deutsche und deutschnationale Schüler lernen die meiste ihrer Fäche auf Deutsch. Sie haben auch die Möglichkeit, am Ende des zwölften Schuljahres zusätzlich das Abitur auf Deutsch und auch auf Ungarisch abzulegen. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen einer deutschen Auslandsschule und dem Nationalitätengymnasium ist tatsächlich, dass man bei uns beide Abiture an der Auslandsschule bekommen kann. Ein Kind bekommt also am Ende der zwölften Klasse ein ungarisches Abiturzeugnis und ein deutsches. Der zweite Unterschied ist, dass es an einer Auslandsschule viele Lehrkräfte gibt, die aus Deutschland hierher kommen und deshalb also als Muttersprachler unterrichten. Und das ist vielleicht der Vorteil, den wir haben, dass sich da also authentisch ungarische, deutsche und ungardeutsche Kultur an unserer Schule treffen können. Und was nun wiederum Auslandsschule und Nationalitätsschule verbindet, ist, dass natürlich Deutsch unser zentrales Thema ist. Beide Schulteile wollen, dass die Kinder die deutsche Sprache mögen, die deutsche Sprache lernen und etwas über Deutschland lernen. Ich besuche die Klasse 12c und das ist eine Nationalitätenklasse. Darum habe ich diese Schule gewählt, weil ich eine neue Sprache lernen wollte. Und früher habe ich Englisch gelernt. Mein Ziel ist das, dass ich gut sprechen kann. Und ich möchte vielleicht in Deutschland studieren und dort eine Uni besuchen. Ich besuche die Klasse 12c im Nationalitätengymnasium und ich möchte die deutsche Sprache besser eigentlich sprechen. Das habe ich hier. Ich möchte einmal nach Deutschland gehen und dort arbeiten. Ich besuche die 12c und ich habe diese Schule gewählt wegen dem niveauvollen Unterricht. Ich möchte die Sprache später in meinem Job benutzen vielleicht oder ich möchte vielleicht nach Deutschland gehen. Die Fachschule ist für diejenigen interessant, die bereits über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen und sich auch für den Tourismus interessieren und zusätzlich zu ihrem Schulabschluss einen Berufabschluss erwerben möchten. Sie lernen auch Deutsch und Englisch und haben viele Möglichkeiten, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, die in jedem Bereich wichtig sind. Nationalitätentechnikum gibt es vielleicht im ganzen Lande nur bei uns. In diesem Schulteil lernen die Kinder am wenigsten Deutsch. Hier lernen sie Fächer nicht mehr auf Deutsch. Sie lernen deutsche Sprache mit etwas Literatur und Nationalitätenkunde natürlich. Daher ist es auch Nationalitätenbereich, aber schon eine Stufe weniger, was Sprache angeht. Aber für sie ist es sehr, sehr wichtig, weil sie auf dem Gebiet Touristik ihren Beruf erhalten werden. Und dann mit Deutsch und Englisch sind sie einmal gut grundausgerüstet für diesen Beruf, für den Empfang der Gäste, für die Organisation der Reisen, wofür sie dann hier gewappnet werden. Also das sind so die Themen, die sie lernen. Und Turismus heutzutage ist denk ich eine Branche, wo man Zukunft hat, wo man solche Leute gut gebrauchen kann, die dann diese zwei Sprachen als Grundgerüst haben. Und darüber hinaus kann man dann noch immer mit Lateinischen Sprachen weitergehen. Ich bin ein D-osstall, das ist ein Touristikai Technikus-osstall, und deswegen ist es gut in der Schule. und die Hühne-Tag-Fahren-Möchten können ihre Tage in Studentenwohnheim der Schule verbringen. Das Leben im Internat hat viele Vorteile. Es werden viele Aktivitäten für die Schüler organisiert, und im Laufe der Jahre entstehen starke und gute Freundschaften. Ich denke, der Internat ist immer eine Partie. Wir sind in vierköpfigen Zimmerchen. Wir können zusammen lernen. Wir können zusammen über unsere Probleme sprechen. Und wir haben sehr viele Programme im Internet. Zum Beispiel haben wir am Nachmittag M-Siege-Hände-Programme, wo wir die ungar-deutsche Kultur und unsere Identität pflegen können. Zum Beispiel haben wir Tanznachten. Wir kochen zusammen, zum Beispiel. Für Schüler, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren, ist es eine gute Idee, sich an einer Einrichtung mit einem hohen Niveau des Sprachunterrichts zu bewerben. Am Gymnasium in Beuer sind auch Schüler willkommen, die sich in erster Linie auf Sprache konzentrieren und die dazu hörige Kultur erlernen und weitergeben wollen. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Man kann hier an verschiedenen Stellen auch ganz ohne Deutschkenntnisse anfangen. In der ersten Klasse sowieso kann jeder kommen. Wir haben dann aber nach der achten Klasse auch die Möglichkeit, dass Kinder in eine Sprachvorbereitungsklasse, in eine nullte Klasse kommen und dort eben ein Jahr lang Deutsch lernen und dann in der neunten Klasse weitermachen. Also jeder, egal ob er Deutsch kann oder nicht Deutsch kann, kann bei uns an verschiedenen Stellen einsteigen und ist herzlich willkommen. Und ich glaube, das Besondere am Ungarn-Deutschen Bildungszentrum ist eben, dass wir verschiedene Wege zum Abitur anbieten. Also man kann eben, wie gesagt, die deutsche Auslandsschule machen, deutsch-ungarisches Abitur. Man kann aber auch ins Technikum gehen und dort eben ein Fachabitur machen, eine Tourismusausbildung bekommen, sodass ich glaube, wir wirklich sagen können, hier ist für jeden was dabei. Die Pflege der bunten, 300 Jahre alten Kultur der Ungarn-Deutschen ist für die Bewahrung der Identität unerlässlich. Auch für junge Menschen ist es wichtig zu wissen, woher sie kommen und sich der Bräuche und der Geschichte ihrer Vorfahre bewusst zu sein, denn so können sie ihre Identität bekräftigen. Die Bewahrung von Traditionen und die Weitergabe von Kultur spielen auch in der Bildung eine wichtige Rolle. Ich bin davon persönlich überzeugt, wenn wir in unseren Familien uns herumschauen, die stolzesten Ungarn finden irgendwelche andere Völker bei den Ahnen, wenn man zurückgeht ein bisschen in der Familiengeschichte. Und es ist dann ganz unterschiedlich, wie weit man die Identität zu diesen Ahnen hat, wie weit man die eigenen Vorfahren kennt. Und das ist bei uns auch schon passiert, dass eine Schülerin in der eigenen Familie die Vorfahren gefunden hatte und einfach die Identität aufgeblüht ist. Und nicht nur bei einer, es kommt bei mehreren vor. Es ist natürlich für uns leichter und einfacher, wenn Schüler schon mit diesen Gedanken zu uns können. Dann können wir alles Mögliche dazu anbieten und alles Mögliche mit den Schülern erleben. Und dann sind die Toren offen. Wenn die Toren eher zu sind, weil sie sich darüber vielleicht noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Aber das ist im Gymnasium diese empfindliche Phase, wo sich Kinder finden. Ich habe schwäbische Vorfahren, also meine Urgroßmutter war schwäbisch und zu Hause. Wir pflegen die Traditionen. Ich bin eine Mitgliederin der Tanzgruppe und ich gehe sehr oft zu diesen traditionellen Programmen. Die Traditionen sind sehr wichtig für mich, weil meine großen Eltern sind Ungarn-Deutschen. Wir kochen zusammen, Ungarn-Deutsche speisen zu Hause. Und jährlich gehe ich zum Landesrezitationswettbewerb. Und damit pflege ich auch die Sprache. Und ich möchte die Sprache entwickeln. Das UBZ im Boja ist eine gute Wahl für angehende Gymnasiasten, die sich für deutsche Traditionen interessieren oder die im Komitat Batschkisch und Deutsch und Englisch auf hohem Niveau lernen wollen. Die Schule bietet eine gute Grundlage für diejenigen, die ihr Studium im Ausland vorsetzen oder bereits während der Schulzeit etwas über Tourismus und einen Beruf lernen möchten. Sie hilft auf diejenigen, die noch nicht wissen, welche Ausbildung sie machen wollen. Die Berufswahl ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist klar, dass junge Menschen mit einer deutschen Sprachprüfung und guten Sprachkenntnissen in jedem Bereich anfangen und leichter einen Arbeitsplatz finden können.